Dann muss man einfach mal sagen... Die Deutschen stürmen das Bell! Wir fahren zu einem Aufstand hin und dann ist alles gut. Da wäre gleich einer. Ich weiß nicht, aber kann man die immer wieder machen? Ich glaube schon. Aus dem Weg! Das ist natürlich... Da blasen Flammen aus dem Auspuff, du. Das ist ja ein Monster hier. Aber er raucht auch schon ziemlich hart, also... Man sollte nicht mehr zu lange mit dem fahren. Wow! Automatischer Nachbrenner, oder was? Wie sehe ich das? So! Jetzt machen wir erstmal die ganzen Deutschen kalt. Ich bin hier! Beschützt mich! Oh, Sean! Oh, Sean! Du hast einfach keine Ahnung, wie man zutreten muss, oder was? So! Ist hier irgendwo ein Big... Ich schieße gerade auf den Big Boy! Ja, gut, dass der auch unverwundbar ist. Oh, Mann! Es kann nicht sein! Teilweise einfach zu krass, was die aushalten. Aber wir können auch das hier jetzt benutzen. Ja! Wann fliegst du in die Luft? Willst du überhaupt in die Luft fliegen? Ja, du willst schon in die Luft fliegen. Zack! Da hat es es zerlegt, die Wichser! Oh, Mann! Das ist jetzt kacke, dass du da direkt deine Leiche hingeplantet hast. Mr. Deutscher Panzerwagen. Whatever. Hä? Das war voll draufgeballert, also... Schwör, Digga! Ja, jetzt habe ich mich ordentlich zugeparkt. Mit hier ausgebrannten Fahrzeugen. Ah, Big Boy! Bist du der von vorher? Ja, anscheinend. So schnell, wie der draufgegangen ist. So, Aufruhr auch geschafft. Und damit das Fahndungslevel auch verloren. Und damit sind wir natürlich einmalig, super, unknown, unbekannt unterwegs. So, das Auto lebt auch noch. Hier machen wir die eigene Markierung wieder weg. Die stört mich sonst. So. Gut. So weit, so gut, meine Freunde. Wow! Shit! Unlenkbar, das Ding. Sobald hier die Flammen kommen. Aber... Fährt natürlich ultraschnell. Also im Vergleich zu den anderen Autos. Echt klasse. Da braucht man nicht mal mehr halb so lang, wie bisher. Jetzt habe ich Schluck auf. Und deswegen habe ich erstmal eine Franzose, äh, hier, einen Franzosen überfahren. Ganz klar. Muss einfach sein. Passiert. Kommt vor. Kommt bei den besten Menschen vor. So, wir fahren einfach, wir brettern einfach durch. Fuck. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Denn, mein Auto raucht schon. Und ich will das Auto sammeln. Schnell. Nein, man hat mich gesehen. Fuck. Wir fahren da lang. Ja, wie weit willst du mir denn noch folgen? Sag mal. Ja, ich kann ja nicht entkommen, wenn der Wichser mir da uns hinterher fährt. Was? Wie war das? Soll ich dir mal was zeigen? Blöder Arschficker. Fährt mir da einfach eine Stunde hinterher. Obwohl ich das gar nicht will. Na, Frechheit sowas. Frechheit. Man muss mal einfach mal aussteigen und die MP auspacken. Das ist halt einfach so, ne. Relativ, äh, äh, lebensnah ist das ganze Spiel hier. Also ist bei mir auch so. Wenn hier jemand zu lange hinterher fährt, bevor er mich erschießt, erschieße ich ihn. Also das ist ganz klar. Das ist, äh, so muss das, ne. Kann ich denn hier jetzt noch sammeln? Also, ist die Garage noch existent? Ich denke nicht. Die Markierung ist nämlich schon weg. Oh Mann, du hast auch einen krassen Wendekreis. Nee, ich hab's nicht gesammelt. Zum Sammeln. Steht jetzt wieder da. Fuck. Ja, das ist malig, Mann. Äh, da muss ich, da muss ich fast jetzt zu einer Garage fahren. Weil, ich denke nicht, dass das Auto, äh, nochmal so irgendwo auftaucht. Ja, der nächste wäre, ja, hier halt, ne. Oder muss ich da irgendwo schrankenmäßig durch? Oder kann ich da einfach außen rumfahren? Ah, fuck. Drauf geschissen. Wir markieren, äh, wir markieren so einfach und fahren dann, wenn nötig, durch die Schranken. Aber natürlich bleiben wir diesmal stehen und zeigen den Pennern, äh, unserem Passierschein. Weil, äh, wir wollen ja nicht, dass unsere fucking Karre explodiert. Wir könnten das jetzt auch noch provozieren, indem wir ein paar Bauern, äh, die auf der Straße parken, hereinfahren. Natürlich, Justin, machen wir das so einfach. Explodiert die Sche... What the fuck? Ich hab doch gar nichts getan. Alter, ist das euer Scheißernst? Seid ihr behindert, oder was? The fuckers, ihr... Diesmal nicht, Freunde der Nacht. Diesmal nicht. Nein! Oh. Wer sieht mich denn da andauernd, ey? Ja, geht doch. So. Wir müssen irgendwie darüber, ohne... eine Schranke zu pass... oder ein Tor zu passieren. Heiliges Flittchen, du. Jetzt... Jetzt... Das sieht gut aus. Und jetzt nur noch gerade durch, Alter. Die Karre ist vielleicht im Eimer. Oh, hier ist wieder eine stabile Steinmauer. Zu groß, um drüber zu springen. Hallo. 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 Aber rückwärts kann man drüber fahren, sehr schön. Wenn ich jetzt hier fahre, muss ich dann immer noch irgendwo ein Tor passieren, ja. Das sehe ich ja jetzt schon, das hier. Das ist ja auch madig. Das wäre nur eins, ne. Wenn ich aber umdrehe, hier entlang fahre, und dann einfach hier rüber, könnte das auch funktionieren. Wir fahren einfach mal querfeldein. Machen wir es einfach wie die Hobbits. Immer schön den Straßen fern bleiben. Ja, ja. So, dann einfach mal hier nochmal durch. Bloß nicht gegen die Bäume fahren. Dann ist alles in Ordnung. Alles andere kann man umfahren. Bis auf Mauern, Häuser, äh, andere Fahrzeuge, äh, Laternen, äh, Strommasten. Puh, was gibt's denn sonst noch? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hm. Zäune. Kann man auch nicht umfahren. Doch, kann man umfahren. Di, 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 di. Ist das schon noch richtig hier, oder muss ich jetzt schon wieder zu einem Tor? Ich muss jetzt irgendwie einfach bloß geradeaus fahren. Ja, irgendwie werden wir das doch wohl hinkriegen, die scheiß Karre jetzt in die Garage zu gefördern. Ja, Motherfuckers. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt ist hier echt eine Mauer. Das ist dann auch noch so eine winzige, wo man weiß, was sich der Programmierer einfach gedacht hat, wo er die da hingepflanzt hat. Nee, den werde ich's geben. Die kommen da niemals durch. Auch wenn es nur so eine kleine Mauer ist. Die verarsche ich mal ordentlich. Scheiße. Die Mauer wird immer größer. Ja, jetzt ist natürlich Schicht im Schacht, wenn da auch noch Wasser kommt. Und ich seh's ja unten auf der Minimap. Die Mauer zieht sich da weiter. Die geht wahrscheinlich bis nach Deutschland rüber. Nur um mich davon abzuhalten, da rüber zu kommen. Ohne die fucking Tore der Deutschen zu passieren. Wat für ein Arsch, der das gemacht hat. Also wirklich. Ja gut, dann... Dann muss es wohl sein. Krass. Krass, was hab ich denn getan? Was geht denn? Ja, das war's. Bremsen quasi nicht vorhanden bei dem Auto. Nee, gut. Oh, ich dachte, jemand würde mir hinterher fahren. Aber nein. Parkierung nur einsammeln. So, jetzt haben wir die Karre auch gesammelt. Geparkt. Geparkt. Sehr schön. Hä, was sind denn das hier alles für Fahrzeuge? Kann man die kaufen, oder was? Nein, eben nicht. Muss man auch sammeln. Logischerweise. Ach, hier kann man schön sehen, welche Fahrzeuge man hat und welche man noch nicht hat. Warum ist denn der Pegasus immer noch als Fluchtauto bestimmt? Ich hab da wesentlich bessere. Habe ich zum... Doch. Habe ich schon mal gesehen. Was gibt es denn sonst? Ach, drauf, drauf geschissen, Alter. Jo, Alter, äh, die erste Silberklau... Äh, die zweite Silberklau ist ziemlich im Arsch. Freund. Könntest du bitte... Alter holen? Und als Fluchtauto gleich bestimmen? Dankeschön. Das ist zu nett von dir, Kollege. So. Abwärts. Ich mein, heimwärts. Abwärts geht schon die ganze Zeit mit mir und schon. Alter, jetzt kann ich gar nicht mehr fahren. Der hat einfach so eine bessere Lenkung, der Alter. Ist unfassbar. Ist wirklich so. Leute, glaubt es mir doch, Mann! Ah, Mann. Viel empfindlicher, die Lenkung. Silberklau 2 ist zwar das Rennauto schlechthin in dem Spiel. Aber die Lenkung ist halt einfach nicht so toll. Muss man einfach mal sagen. Sind wahrscheinlich jetzt lauter Autos an mir vorbeigefahren, die ich noch nicht in der Garage habe. Boah! Mann, Motherfucker. Warum? Immer mitten auf der Kreuzung, dann unterm Abbiegen einfach langsamer werden. Und schauen, dass ein anderer einem möglichst reinfährt. Um möglichst viel Geld zu machen. Von der Versicherung und Scheiße. Wo muss ich denn eigentlich hin? Das Problem ist, ich muss entkommen, um die Markierung zu finden. Bloß, blöd, dass ich... Ich bin schon da. Hier ist es ja. Oh, Mann, ihr geht mir so auf den Zeiger. Ihr könnt es gar nicht glauben, ey. Jetzt aber hier mal. Ah, endlich. Die Karte hat es zwar gut, gut mitgenommen. Aber, äh, sie fährt noch. Sie raucht nicht mal. Ein paar Blutflecken von ein paar Unschuldigen. Von ein paar Deutschen. Naja, das Übliche halt, ne. Nichts Besonderes und nichts, was einen Gang durch die Waschanlage nicht lösen könnte. So. Äh, Flan. Schauen. Open your mouth. Nein. Natürlich nicht. So ein Wichser. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Na, schon. Mein... Mein Junge. Tja, hast ihn extra K.O. gehauen, um ihn zu schützen und dann verreckt er doch am Ende. Weißt du, was das ist? Typisch fucking Hollywood. Naja, gut. Äh, sonst hätte man ja auch keinen, keinen anständigen Plot, ne. Kein Schicksalsschlag für die Hauptfigur. Ja, muss, braucht man ja. Haben wir ja zwar am Anfang schon gehabt, aber... Gut. Die Deutschen greifen sicher die Katakomben an. Ich muss die Rebellen warnen. Die Deutschen greifen sicher die Katakomben an. Ich muss die Rebellen warnen. Ja, du kannst die Rebellen auch zweimal warnen. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Corino Sport habe ich schon. Domino habe ich auch schon gesammelt. Bist du? Corina CL habe ich auch schon gesammelt. Der Ort wird gegen Ständer rum. Äh, es ist... Scheiße. Es sind nur noch Autos rumfahren, die ich schon alle habe. Aber es ist toll, dass hier ein Turm ist. Den wir noch nicht haben. Und oben steht wahrscheinlich auch noch ein Deutscher, der jetzt erstmal, ja... Freiflug verpasst kriegt von mir. Wenn er mal herschauen würde, dann könnte ich ihm noch winken. Ja, kacke, ne? Sorry dafür. Aber das musste einfach sein. Du musstest einfach sterben. Ja, da ist kein Auto mehr, was ich nicht schon hätte. Also hier in der Gegend zumindest. Deswegen fahren wir Häme. Also zu den Katakomben mit unserem Auto. Was Sean so sehr liebt. Wie sieht es jetzt aus? Kann man wieder... Ja, okay. Ja, dann komm mal ran jetzt. Ja, mach doch auf. Seid ihr behindert, oder was? Es kommt keiner her, um mich zu filzen. Und dann fickt ihr mich einfach so. Von hinten in die Nase ohne Gleitcreme, ihr Wichser. Dummstricher. Also das kam jetzt mal echt überraschend. Vor allem, die Ultrascheiße ist, dass ich hier behindert eingeparkt habe. Also ich glaube, behinderter geht's fast nicht mehr. Und noch behinderter ist einfach, dass ich jetzt mitten in der Stadt bin. Fahndungslevel habe. Fast keine Chance habe zu entkommen. Und ich keine Markierung mehr habe, weil ich gesucht werde. Ja, das ist jetzt übles fucking Scheiß-Gameplay. Ich hasse es nämlich, wenn man nur kurz gesehen wird im Auto beim Vorbeifahren. In egal welchem Spiel es ist. Äh, nervt mich einfach. Das zieht alles so in die Länge. Und ach, jetzt kann ich erstmal entkommen. Und scheiße ist das behindert. Ich finde sowas echt ultra nervig. Vor allem bei Saboteur ist es so mega behindert in der Stadt zu entkommen. Die ganze Zeit, du bist kurz vor dem Entkommen und jetzt schon wieder spawnen vor dir auf deiner Straße. Ein scheiß gegnerisches Fahrzeug. Es ist jedes Mal derselbe Scheiß. Aber wirklich jedes Mal. Ja, und schon wieder gespawnt. Fickt's euch, Mann. Fickt's euch, ihr Scheißdeutschen. Scheiße, ey. Das wäre ein Auto zum Sammeln gewesen. Das habe ich sofort erkannt. Habe ich sofort realisiert. Aber das bringt ja nichts. Das bringt doch nichts. Ich muss ja jetzt erstmal... Und da ist halt auch wieder einer. Wo soll ich denn da langfahren? Ohne entdeckt zu werden. Ihr seid doch bescheuert im Hirn, Alter. Kein Wunder, dass das Spiel so durchwachsene Ratings bekommen hat. Ich fahre jetzt einfach hier durch und... Aber es spawnt eh gleich wieder einer vor mir. Deswegen rasen wir einfach mal hier durch. Damit wir die ganze Speed nicht verlieren. So, jetzt aber. Und spawnt irgendwo einer? Nein, ausnahmsweise nicht. Sehr schön. So. Oh Mann, das war jetzt wieder anstrengend. Vor allem, weil sie einen dazu zwingen, Fahndungslevel auf sich zu laden. Indem sie einfach uns durch diese bewachten Tore schicken. Und man jetzt nicht mehr ganz brav und so weiter durchkommt. Jetzt... Jetzt finde ich ein tolles Auto und dann habe ich es schon gesammelt. Das ist doch malig. Also ist doch echt. Was bist du? Halt. Halt. Hier geblieben. Sorry. Ja, was willst du jetzt machen? Hä? Sei nicht sauer. Willst du ein Auto tauschen? Einer in deiner Schicht hat sicher noch kein Güttmann gefahren. So, das Auto brauche ich zum Glück noch. Sehr schön. Eine Dugati mit G, bitte. Ja, da kann man schon mal ein bisschen ein paar Leute umfahren. Schon. Äh, es ist schon recht. Es geht schon mal. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise ist genehmigt. So. Dann fahren wir mal. Oh, da kommt schon wieder ein Gewitter. Dann fahren wir mal zur Garage. Und schauen uns das Ganze an, was die anderen jetzt noch so zu sagen haben. Nachdem alle gestorben sind. Meine ganzen Freunde. Alle außer, außer Veronique wahrscheinlich. Unds geiler. Wo ist Veronique? Sie ist unten bei Luke und den anderen. Dann muss ich da runter. Warte, die Deutschen sind überall. Wir dürfen diesen Eingang nicht preisgeben. Gibt es noch einen anderen Tunnel? Ja, auf der anderen Straßenseite. Hinter der Löwe.